hallo hier ist martin von moneybank hier ist das die dax analyse für nun im montag den 16 29 2022 und unser dax ist am freitag gut abgetaucht endlich könnte man auch sagen hat er sich jetzt mal aus dem gefänge der 12 600 12 500 befreien können und ein gutes schick nach unten durchgetreten wir hatten uns darüber unterhalten mit 94 500 wenn er da schnell nach oben zog ansonsten 430 370 27 200 und so weiter hat er eigentlich bis zum schluss alles abgearbeitet hier auch unsere 190 wir hatten auch für diejenigen die da noch die mails bekommen hier unten dann auch gesagt hier kann man langsam anfangen auch mal antizyklischen muster zu suchen doppelboten zu probieren und so weiter und so fort weil von dort natürlich auch rückläufe in die 35 und was haben gesagt 345 und 500 möglich wären genau den ersten schwung hat er schon gemacht die 345 hat sich schon abgestoßen kein weiteres tief geschafft das heißt wenn er jetzt nicht direkt nach unten startet auf ein neues tief dann könnte sogar noch die erholung ein bisschen hochziehen und dann von unten hier an diesen doppelboten dran das sieht man im tageschart hier da von unten einmal dran stoßen wenn ich das jetzt so sehe möchte ich kurz kontrollieren ob wir mit dem tageschluss drunter liegen ja dann ist das die linie für uns egal also von unten hier an die ganzen tief so dass das könnte ich mir gut vorstellen muss nicht mal zwangsweise hier die 40 400 sein das darf auch schon ein bisschen tiefer sein wir haben wir hier durchaus tiefs im bereich um drei warte mal wohl liegen die tiefs wir machen es ganz genau dass mir kein quatsch erzählen 438 das war dann auch hier um die 438 rum 434 das ist die 384 jetzt wird es kompliziert 438 und 384 ist ja auch ein lustiger zufällig okay also das sind das sind jetzt widerstände von unten aber eben auch aber eben auch die der bereich hier um 500 520 eben von unten nochmal das heißt das ist eine gute zone in die er noch einlaufen kann und sich wieder nach unten weg drehen dürfte das kann auch schon bei 385 420 losgehen wenn er richtig richtig schlecht drauf ist dann startet er kurz rein 385 438 ich hoffe ich fühle es nicht da rein wieder runter neues tief trendfortsetzung und trendfortsetzung wird dann bedeuten wir orientieren uns weiterhin erstmal noch an der bewegungswelle danach können wir im tagesschau höhere ziele holen wartet ich suche hier mein kästchen und das ist ein ganz herkömmliches mittel also gerne gerne genommen und auch angewandt dass man quasi sagt jeder markt orientiert sich immer irgendwie an seiner vorherigen bewegung und wenn wir die sehen naja gut dann ist das sogar schon fertig das ist ja lustig das habe ich noch gar nicht gesehen ich hätte jetzt gedacht hier kommt noch was da muss man da muss man ein bisschen aufpassen jetzt also dann hätte er jetzt natürlich im tief zwei gleich lange abwärtswellen schon fertig das verändert jetzt ein bisschen was das heißt man sollte hier genau jetzt aufpassen wie die rücklaufmarken gebrochen werden wenn die nämlich zu stark gebrochen während der jetzt einen wellenschnitt reinkriegt dann hat er sogar deutlich deutlich höheres rücklauf risiko dann wieder für die kommende woche dafür ist aber ein bisschen zu zackhaft vom tief weg gekommen also deswegen hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet dass wir schon an dem zielbereich waren ich wollte euch jetzt herleiten wo denn das nächste ziel liegt hätte jetzt gedacht das liegt hier irgendwie im bereich um 250 oder sowas man könnte das jetzt natürlich über eine fibo projektion auch noch extensieren also noch größere ziele hatte man sich ganz getroffen größere ziele her holen aber das natürlich schon schon interessant dass er wirklich genau aufgesetzt hat das ist mir ehrlich gesagt entgangen so und dann haben wir jetzt hier das nächste ziel was erweitert dann wäre im bereich um 1330 und ich würde das mal noch ein bisschen auffächern auf eine offene wartet mal gibt es noch ein 138 das wäre mir lieber so wo ist es da natürlich nicht wartet ich mache kurz pause das dauert sich zu lang jetzt habe ich gefunden die deckkraft war natürlich auf null deswegen hat man sich gelesen und 1660 11660 also von naja kann man schon sagen die nächsten bereiche unterhalb wenn wir neue tiefs bekommen unter der 12.081 dann wären 11.800 das ist einfach klassische klassische marke klassische zone 11 830 11 800 dürfte guter anlaufpunkt wären dann 11 660 und 11.333 das können dann hier aber auf dem dienstag eher kommen mittwoch sogar wenn er sich dann zeit lässt dann könnt ihr hier gleichzeitig sogar noch ein pullback machen so dass das das werden die nächsten ziele auf der unterseite wenn wir weitere schwäche kriegen und weitere tiefs kriegen wenn er natürlich das ist jetzt dadurch dass der hier zwei gleich lange wellen schon fertig hat natürlich auch ein gewisses potenzial da dass wir den umdrehen dass der sich umdreht und dann auf tageschluss hier quasi ein fehler ausbruch stehen lässt ja das heißt wir kriegen am montag dann eine konter kerze da reicht nicht da reicht einfach nur eine grüne kerze die muss die muss nicht das das schlussniveau erreichen die muss nicht höher wenn er zum montag einfach nur eine grüne tages kerze macht und wenn die bei 25 bei 4 25 endet oder das wäre vollkommen egal und grüne tages kerze jetzt hier wieder oberhalb den kerzenschluss von der 385 hier dann hätte er direkt konterpotenzial in eine umkehr rein und würde noch mal so eine bewegungswelle wie hier noch mal nach oben drücken und das hätte dann natürlich auch ordentlich ordentlich potenzial bis gut und gerne in an die an die lila linie hin auch immer dran ja da müssen wir ein bisschen aufpassen deswegen würde ich sagen und wir orientieren uns jetzt erstmal an dem bereich um 500 das ist jetzt ganz wichtig an der 385 und der 4 38 sowas ne genau ja das sind die drei zonen die hochzuwichtig sind läuft der uns drüber über die 500 über die 520 auch drüber dann würde ich sagen rechnet damit dass da auch über die nächsten tage dann im wochenverlauf noch was hinterher kommen kann na also gerade wenn er das auch gehalten kriegt und dann jede stunde die da drüber ist dann wird er dann immer positiver und zieht deswegen vielleicht auch shorts nach also vom rein rein aus der charttechnik hätte man jetzt erst hier so eine 12 8 60 zum stop loss drüber legen weil wir kein höheres zwischenhoch haben aber ich würde dann wirklich schon sagen wenn ihr seht der kommt jetzt hier hoch und der stößt sich dann hier ab und geht aber deutlich über die 520 kommt immer noch mal runter und dann würde ich dieses runterkleiden das würde ich dann dazu nutzen um ein stop loss hier drunter zu legen von shorts oder wie eben je nachdem wo das ist dass man dann sagt okay man nimmt dann das hoch wenn er hier abgedreht ist und dann 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 hat man nicht das problem selbst wenn man gut laufen short hatte dann steht am ende wieder ganz hier oben dass man dann eben nichts abbekommen hat ja oder oder dass der short dann komplett wieder hinten raus gerannt ist also so würde ich umgehen ja ich hätte jetzt hier erst mal noch ein bisschen den fokus auf einen kleinen rücklauf auf eine verlängerung gegebenenfalls mir sind wichtig 384 38 und die 500 520 sollten wir neue tiefs bekommen rechne ich damit dass wir erreichen die 1250 die 11800 und dann auch hier tiefer ist wir hatten 11.660 noch und 11.333 ja die kann durch könnt euch ruhig mal das gilt nicht noch für den montag gilt für den kompletten wochenverlauf wenn hier weitere tiefs kommen und das nicht gehalten werden kann ihr seht auch die welle hat von der zeitlichen ausprägung kann sie natürlich das einnehmen wie die vorherige das heißt sie hätte hier noch gut und gerne platz bis zum 30 das wäre dann sogar freitag ja und von daher wäre auch eine extension also eine verlängerung hier möglich in tiefer bereichert ist wir sind im abwärtstrend der ist noch aktiv wir haben neue tiefs geschlagen neue jahres tiefs geschlagen kriegen wir jetzt weitere tiefere tiefs ist das eher eine vorlage für einen short als für einen long aber wie gesagt haben wir schön reagiert an einem fertigen ziel wenn da zu viel gegenwind reinkommt hat er auch viel potenzial gegenzusteuern deswegen schön aufpassen dass man sich nicht zu sehr auf der short seite verkämpft wenn man viele grüne kerzen sieht ja gerne shorten wenn der schwäche zeit gerne mitgehen auch wenn erholung richtig weggeprügelt werden wenn der wenn der hochkommt dann haut richtig lange rote kerzen darf man auch shorten aber aufpassen dass man nicht komplett short gegen ballert wenn jetzt hier eine grüne kerze nach der anderen kommt dann steht er schnell wieder hier oben ich denke mal im ersten schritt so was richtung 12 8 80 und dann rücklauf und dann weiter wenn er wirklich die 500 durch rennt aber das wird für den mutter noch nicht gegenstand das ist dann eher wahrscheinlich dienstag mittwoch thema ja schön spannende situation im tag schaut klar ausgebrochen unterhalb der boden kaputt gemacht das heißt er hätte hier auch gutes platz gut platz runter zu kommen aber hier sieht man auch dieses zögerliche hochzucken den trickern auch gar nicht ausgelöst jetzt letztendlich hier und auch hier hat mehr platz gegeben bis 11 400 das würde auch für eine extension dieser bewegungswelle sprechen und das wird man am montag ganz gut ableiten können schon wie der rücklauf kommt da oben ja kriegt man neue tiefs dann ist ohnehin klar dann ist die trennfortsetzung aktiv und geht dann rücklauf wird ganz 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 wichtig wie wie bewegt er sich in der 385 in der 438 und in der 500 bis 520 da ja von daher ich mache hier zu wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss